Servus liebe Leute, heute öffnen wir einfach mal ein paar Drohnen, ihr habt es im Titel schon entnommen, wir öffnen auch natürlich noch eine Magietruhe, kostenlose Magietruhe oder gratis Magietruhe, keine Ahnung wie ich das Video jetzt genannt habe, öffnen wir einfach mal nachher, gleich also in paar Sekunden und hier sind wir noch auf dem zweiten Account, können wir uns natürlich auch noch was und ansonsten, ja kaufen wir vielleicht noch ein paar Barbaren, kann ich euch auch immer empfehlen hier ein bisschen was abzustauben, wenn sie die Karten noch so günstig sind, aber ansonsten muss ihr natürlich immer mal wieder reinschauen für den guten Sven, der jetzt nicht mehr da ist und ich würde sagen, komm, ich wechsle kurz den Account und wir sehen uns gleich wieder, und wir sind auf dem anderen Account, ich würde sagen, Magical Chest, gönnen wir uns, gratis, hoffentlich eine legendäre, das wäre richtig, einmal den Hock Raider, shit also, ich glaube das wird keine legendäre, sieht schlecht aus, sieht ganz schön schlecht aus, ja wird keine legendäre, wir bekommen zweimal den, dreimal den X-Bogen, Supercell, Ernsthaft, scheiße, dreimal den X-Bogen, Alter, den will doch keiner, ja ich hab mich jetzt eigentlich auf ne gute Karte gefreut, aber dreimal der X-Bogen ist halt wichtig, 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 richtig beschissen, ich hätte lieber Akku schwach, also ich muss leider die Folge beenden, also Jungs, haut rein, bis zum nächsten Mal, und ciao, ciao!